Erbentur. Nice. Danke. Nice. Ich kann die alleine rufen. Oh Gott. Leute, willkommen zum neuen Video auf Chronicles. Der Manus ist ganz aufgeregt. Er ist heute auch mit dabei. Hallöchen, mein Guter. Hallo. Nein, ich wollte gerade den Schmetterling, da ist auf meiner Achse ein fucking Schmetterling gelandet. Der Manus war fleißig und hat einfach alleine gestern. Wir haben gestern angefangen, wir haben gestern, das muss ich mal kurz erzählen, wir haben gestern angefangen, da musste er mit seinen Eltern irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall war er dann weg und ich habe dann eine Langeweile geschoben und habe dann einfach ein fucking Haus gebaut. Untergeschoss ist seins oder Obergeschoss ist meins, wie er was gestaltet oder sogar erweitern möchte, ist demjenigen überlassen. Also kannst du dein Erdgeschoss noch erweitern, wenn du das möchtest. Und das hier wird das Lager. Obwohl ich diese ganzen Stein hier gar nicht mehr brauche. Ich brauche jetzt die ganze Stimme hier. Manus ist gerade sehr fleißig, ne? Ja, ich will, wir müssen übrigens, deswegen habe ich, deswegen habe ich, der Typ hier, der will bauen und ich bin der, der will kämpfen. Naja, das, das ist auch so, das ist auch so vorhergesehen, ne? Ne, wir haben Medikamente. Nein, wir haben keine Medikamente mehr. Ich habe jetzt, ich habe dir meine letzten gegeben, ne? Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, äh, du nimmst dir auch ein paar Baumstämme und ziehst mal ein bisschen alles, ein bisschen rum. Also einmal kommt jetzt so ein bisschen rum, dass wir eben auch ein bisschen geschützt sind von diesen verdammten Ureinwohnern oder Kannibalen. Ja gut, äh, ich, und ich brauche, und ich brauche noch Klebeband. Falls du Klebeband hast, äh, oder kriegst, äh, bitte mitbring. Ich brauche den für den Wagen da. Weil damit... Gerade auf der Map, wo ein Lager sein könnte, aber... Guck mal, ist der unten eins? Ich erkenne das auf die Ferne schlecht. Ja, hier unten ist eins direkt. Ja, nice, da da ist das, Bruder. Du schneidest das ja wieder mit Humor und allem und ich schneide das mit. Ja, leider war... Nein, Leute, das ist umgecuttet. Na, das weißt du ja nicht. Also, ich bin aber auch so einer, der das nie weiß, wie er es cutten will, ne? Ich entscheide es beispielsweise nur, wie, äh, wie es so ist, wie ich Bock und Laune habe, ne? Hier unten ist ein Nebel. Das kann es nur eines sein. Deine Mutter. War das Granaten-Sager, oder was? Ich habe den Pillen verloren. Ich komme jetzt schon. Ist gut, ich komme zurück. Ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg, Junge. Oder? Ich hoffe mal nicht. Ich rede von dir, wenn du aus Versehen mich legst. Oh, mein. Ja, ich bin tot. Nice. Danke, nice. Endlich kann ich alleine aufnehmen. Äh, scheiße, ich hätte fallen hier. Also sollen nicht mehr erlebt werden, mit Radio. Ey, das ist eigentlich voll smart. Die haben mich in die Lager getrunken. Ja, komm her. Komm her, du fett Wands. Ey, das war Taktik. Die haben mich gekillt und in die Lager gebracht. Ich habe jetzt der E-Loot. Oh, moin. Du bist auch noch da. Nice, ich habe die getötet. Wo bist denn du? Ach, da ist die Lager. Ich habe die gerade übelst hops genommen, ne? Auf das Übelste. Ich muss erst mal rennen. Ich muss erst mal rennen. Wo ist das Lager? Hast du wenigstens Klebeband gekriegt? Ich habe noch nicht gelootet, Samanus. Ich habe kein Leben. Ich kann da jetzt nicht rein. Dann gehe ich da rein. Oh, scheiße. Ich muss ja selber noch was looten. Ich muss ja selber noch ein bisschen. Ach, komm. No risk no fun. No risk no fun. Ja, ich gehe mal ein bisschen abseits. Du lockst die noch ein bisschen weg. Und ich lote da. Ist doch ein guter Dier. Finde ich. Ja, warte mal. Tod. Ich bin schon wieder tot. Pff. Ja gut, ne? Das war es mal wieder komplett. Wo bleibst denn du, Saman? Ja, ich will. Junge, wie weit ist denn das weg? Holy shit. Wie oft kann man sterben? Dreimal, glaube ich. Dann noch einmal, Leute. Dann was ist mit der Aufnahme. Hä, wo bist du denn? Hä? Ach da. Das ist jetzt etwas... Junge, das ist so... Ey, du bist gerade dorthin gewesen. Jetzt bist du da. Meine Fresse, Alter. Weil ich tot bin. Ich bin respawned, mein Guder. Ja. Der Typ ist direkt neben mir. Das ist ein Witz. Ja, bleib doch erst mal im Haken. Vielleicht lassen die dich bis dahin noch Ruhe. Ah, ich sehe dich. Jetzt bin ich in der Nähe. Ja gut, ich versuche die zu klatschen. Das sind vier Leute an meinem Arsch. Äh, ach du Scheiße. Ich bin schon wieder ohne... Komm her, du. Erster. Lock dich doch nicht weg. Ah, da bist du. Gut. Oh. Tot. Pff. Nice. Ich bin einfach der Schlechter. Dann nenn mich den Schlechter, Alter. Oh mein Gott. Blut, Blut. Ah, fuck. Ah, scheiße. Jetzt bin ich selbst tot. Ah. Wir sterben hier. Also wir Seven vs. Wild Style. Holy shit, da habe ich mich erschrocken, Alter. Da war ja noch jemand. Aber Vorsicht. Du schmust ein bisschen denn zu sehr mit der, äh, ne? Mit der Natur, ne? Wenn du... Ich komme hier nicht durch. Okay, warte mal. Du bist da unten. Ich sehe deinen Z. Ah. Ha ha ha. Wunder. Rolli. Wo ist... Nein. Ha ha. Scheiße. Ne, da unten ist er. Oh mein Gott. Alter, jetzt hatte ich kurz Schiss, ne? Also ich bin noch da, auch wenn du sich das echt scheiße steuern lässt. Ja, das ist wirklich ein bisschen scheiße zu steuern. Na gut, nehmen wir einfach jetzt einfach mal nur mit, ne? Wir gehen einfach zu Fuß. Eine Ewigkeit später. Keine Sorge. Keine Sorge. Denn jetzt nehmen wir dir mal ein paar, äh, Stämme, ne? Alter, der hat sich ganz gute Arbeit geleistet, ne? Ah, ganz gute Arbeit. Das will ich hoffen. Junge, die Baumstallen im Lager sind bis oben hin voll. Und es hatte sogar zwei, die einfach mal lose drin waren, ne? So, jetzt muss ich erstmal noch den Boden komplett verlegen. So, äh, du kannst dir dein... Du kannst dir ein bisschen mit den Baummechaniken vertraut machen. Und ich will jetzt kurz ein bisschen looten gehen. Vielleicht finde ich auch ein bisschen Klebeband endlich mal. Doch, wenn du willst. Ja, mach ich auch. Du willst dir also ein Lager bauen. Das hier soll das Lager werden, ja. Also, der Boden, also die... So, wollte ich es nicht bauen. Ja, damit. Na gut, ich gehe dann mal kurz ein bisschen looten. Aber warte mal, ich habe ja diese Pillen doch jetzt endlich wieder. Warum nehme ich die denn nicht? So, Leute, die Chatverläufe von mir und der Manus, die sind ja manchmal echt... Also, da muss ich ehrlich sagen, dass das... Ah! Das ist A, okay. Das ist A. Ne, ich habe ja nur gefunden, was ich gesucht habe, ne? Ah, okay. Oh, da ist wieder, äh, hier. Oh, scheiße. Das, äh, tat ein bisschen weh. Moin. Was habe ich denn hier? Ne, schöne Flasche. Mit I kann ich irgendwas jetzt erschaffen, oder was? Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Äh, Steinfall, Reparaturwerkzeug... Ich könnte auch ein Reparaturwerkzeug, das wäre auch ganz nützlich. Ich gucke dich erstmal ins Bett, Mensch. Ähm, da, facke. Der Manus, do you want to lay in your bed? Kleinen Moment, bitte. Ein kleinen Moment, bitte, okay? Ich bin gleich da. Oh. Alter, wie kann man denn die Kacke dann irgendwo mal ranmachen, ne? Das ist jetzt, das ist ein bisschen... Angst, dass du mich gleich schriegst, Alter. Wir gehen ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer, lieb. Kevin ist hier und... Bleibs jetzt bitte stehen! Was bist denn du? Oh, hi. Ich will ja irgendwie gerade schlagen mit dem Stock hier. Ah! Wunderbar. Oh mein Gott. So. Oh, guten Morgen, Alter. So, next step wäre erstmal das Lager fertig bauen. Ah, ne, warte mal. Er ist die erste Verteidigungsmauer. Jetzt nimmst du dir erstmal zwei Baumstämme. Stimmt. Ey, lass eine Mauer bauen. So, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber... Ja, wir müssen eine Mauer bauen. Are you serious? Und woran erkenne ich denn jetzt, dass der fertig ist? Ne, der steht doch da. Also wenn du den Fisch dann anguckst, dann siehst du... Oh, ne, warte mal. Das ist du nicht. Hey gut, ich glaube, der wird dann irgendwie braun sein. Würde ich jetzt auch denken. Ah, wenn überhaupt. Na, es wird hier schon irgendwie symbolisiert, dass das Essen fertig ist. Fertig durchgegart. Ich hoffe. Okay, das ist fettig. Okay. Oh, Virginia! Hi! Ja, jetzt so. Ich glaube. Äh, guck mal, direkt neben dir. Warte, ich sehe sie gleich. Ich führe diese meibliche Präsenz bei mir. Ja, guck mal, direkt neben dir. Ja, guck mal, direkt neben dir. Ja, guck mal, direkt neben dir. Danke, guck mal, direkt neben dir. uğ